Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Splatoon. Wir starten jetzt ein klein bisschen später rein, weil ich die Aufnahme ganz komplett spontan starten musste. Ich befinde mich nämlich gerade eigentlich im E3-Livestream von den Gaming-Clerks, wo auch der gute Musician gerade mit dabei ist. Und die haben jetzt gerade einfach mal spontan eine Runde... Wow, das klingt ja gut an. Haben gerade einfach mal spontan eine Runde Splatoon gestartet. Da hab ich mir gedacht, hey, kannst du ja mitspielen. Und als ich dann angefangen hab zu spielen, hab ich mir gedacht, hey, warum nimmst du es nicht auf? Du brauchst eh noch ein Part. Und deswegen jetzt einfach mal ganz spontan hier mit, ja, dieser Lobby hier, wo dann aus dem Grund wahrscheinlich auch relativ wenig Japaner dabei sein werden. Weil halt einfach, ja, aus dem deutschen Stream, ne? Ist ja klar, da sind wahrscheinlich einige Zuschauer dabei. Und drei von den Mitspielern sind hier allein schon aus dem Stream mit drin. Also, ich denke mal, wir haben hier eine gute, ruhige Lobby, wo ich mich nicht über so viele Japaner aufregen muss. Auch wenn der Typ, der die ganze Zeit Haftbomben schmeißt, ein Japaner ist, der geht einem zierisch auf die Nerven. So, der Dude jetzt erstmal weg. Und dann ab nach vorne. Ihr kennt ja die Taktik, die ich auf dieser Möp gerne habe. Irgendwie versuchen, hinter die Gegner zu kommen. Das hab ich jetzt vielleicht gerade geschafft. Ja, fast, ne? Kommt da hinten gerade einer dir. Das ist ein Verbündeter. Das ist gut. Dann können wir versuchen, uns da oben mal schnell hochzuschleichen. So. Punktemäßig stehen wir nicht ganz so gut da. Wir sind aber auch ein bisschen später reingestartet als der Rest. Aber wir haben es geschafft, uns hinter die Gegner zu schleichen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr tolle Sache. Dann können wir hier schon mal kurz eine Rakete losschießen. Denn hier vorne werden wir, wenn uns keiner stört, genug Punkte zusammenbekommen, die nächste Rakete zu kriegen. Also, sehr schön. Letzten 30 Sekunden. Wir holen nochmal ordentlich auf. Ich weiß aber nicht, ob es reicht. Ich sehe auf der Möp gerade, dass es sehr, sehr eng ist. Aber ja, ich glaube, wir könnten hier hinten noch einiges reißen. Wir sind aber nochmal wirklich aus unserem Team gestorben. Ah, das wird sehr eng. Das wird sehr eng. Definitiv wird das sehr eng. Oh Gott, da haben wir auch schon wieder ein Gegner, der sich da zurückgefärbt. Oder habe ich das? Doch, da hat es schon wieder zurückgefärbt, tatsächlich. Aber wir haben hier hinten auf jeden Fall ordentlich aufgeräumt. Ich glaube, das hat uns den Sieg verholfen, nicht wahr? Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach auf dieser Strecke einfach die beste Taktik. Irgendwie versuchen, den Gegner zu im Runden. Das geht mit diesen Seitengängen sehr, sehr gut. Und wenn man einmal hinter den Gegner gekommen ist, dann kann man wunderbar färben, ohne dass man gestört wird. Und dann kann man so ein Mensch auch mal drehen. Auch wenn sie uns am Anfang ziemlich zurückgedrängt hatten. Kaum bin ich dabei, schon läuft es. Ist ja ganz klar. Okay, gut. Haben wir es gewonnen? Beste im Team, was auch sonst. Nein, jetzt. Das ist ein bisschen überheblich, ich weiß. Aber komischerweise bin ich tatsächlich sehr, sehr häufig der beste im Team. Aber ich gewinne komischerweise auch nicht ganz so häufig. Also ich sage mal so 60 oder 70 Prozent der Partien gewinne ich. Aber es macht halt in diesem Spiel nicht ganz so viel aus, wenn nur einer gut ist. Man braucht hier halt echt ein gutes Team. Was ich auf jeden Fall verblüffend finde, ist, dass tatsächlich der Japaner der einzige Level 20er hier ist. Alle anderen sind noch nicht Level 20. Okay, die beiden Japaner sind die einzigen Level 20er. Alle anderen sind noch nicht Level 20. Da sieht man mal, dass die Deutschen nicht ganz so Suchtypen sind wie Japaner anscheinend. Wenn die Japaner schon am Tag 2 nach Release zu 90 Prozent Level 20er waren. Und wir jetzt drei Wochen nach Release alle noch so Level 12 bis 18 rumhängen. Japaner sind da einfach, ja, eine Stufe für sich. Okay, Nu kann da mal aus dem Weg gehen. Ich brauche jetzt hier ein bisschen... Ja, wunderbar. Ich muss hier mal ein bisschen rumfärben. Das ist ja die neue Map, die meiner Meinung nach ein bisschen zu groß ist. Ich habe von vielen Leuten die Kritik gehört, dass man hier sehr, sehr viele Punkte machen kann. Das ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Also die Partien, die wir bislang gemacht hatten, da waren eigentlich die Punkte normal wie sonst auch. Also da hatte keiner überdurchschnittlich vier Punkte. Da hatte der schlechteste wie sonst halt auch meistens so 500, 600 Punkte. Oh Gott, verdammt. Ja, zwei gegen einen, da machst du nichts. Hatte der schlechteste halt genauso wie sonst halt auch so zwischen 500 und 700 Punkte. Und der beste hatte halt meistens wieder so wie sonst auch, 1100 Punkte oder so. Es gibt halt mal Runden, wo die durchschnittliche Punktzahl ein bisschen höher ist. Und mal Runden, wo die durchschnittliche Punktzahl ein bisschen niedriger ist. Oh, sorry, Gott, ich will dich retten. Aber allgemein habe ich auf dieser Map bislang noch nicht feststellen können, dass man da durchschnittlich mehr Punkte macht als sonst. Na, vielleicht sehen wir es ja heute, keine Ahnung. Weil wir haben noch zwei Minuten und ich bin schon bei 500 Punkten. Das ist eigentlich überdurchschnittlich. Kaum redet man davon, dass es mir noch nie aufgefallen ist. Oh Gott, au reib, au reib, nein! Diese Japaner, ne, die sind durchgehend am Jumpen. Das fällt mir immer wieder auf. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, aber ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Das ist mir zu anstrengend, die ganze Zeit Sprung das zu drücken. Aber das sieht man bei Japanern sehr, sehr, sehr häufig, finde ich. Wenn die auf dich zukommen, dann sind die nur am Jumpen und Jumpen und Jumpen und Jumpen und Jumpen. und dabei am Schießen. Okay, da ist gerade einer nach unten abgehauen. Der wird wahrscheinlich eher unten weiter färben. Dann kann mir das egal sein. Dann versuche ich, die Gegner wieder zu umrunden. Aber ach, da hat uns leider einer gesehen. Der Japaner natürlich, wieder der Jumpman hier, nenne ich den einfach mal. Ja, das ist nämlich der ursprüngliche Jumpman. Jumpman ist nämlich nicht nur die Originalversion von Mario, sondern der Typ, der heißt auch Jumpman. Das ist jetzt ja ganz klar, das weiß jeder. Ah, okay. Den habe ich da irgendwie nicht erwartet. Also, wenn wir mal umzufärben, das ist ein ganz, ganz knappes Ding auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt schon 1000 Punkte. Ich glaube, wir werden heute natürlich... Oh, verdammt. Überdurchschnittlich gut bewertet werden. Von den Punkten her. Wir haben jetzt über 1000 Punkte und haben noch 40 Sekunden Zeit. Dazu müssen wir aber jetzt nochmal vernünftig färben jetzt. Auf geht's. Und... Feuer frei. Okay. Vielleicht werden wir doch nicht überdurchschnittlich viele Punkte machen, wenn wir jedes Mal nur einen Roller rennen. Naja, 20 Sekunden noch. Was soll man da noch großartig machen? Punkte sehen gut aus. Sieht auch so aus, als wenn wir das gewinnen könnten. Also... Auf der Map ist es schwer zu erkennen, aber da oben an den Tintenfischen sieht man, dass wir führen. Okay, immerhin 20 Sekunden... Ah, verdammt. Oh, das ist jetzt 6 Sekunden vor Schluss gestorben. Okay. Oh, nee. Jetzt sag mir nicht, dass dieser Tornado das wieder entschieden hat. Jetzt sag mir nicht, dass der das noch entschieden hat. Das kann nicht dein Ernst sein. Der hat das noch gedreht. Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße, dass dieser blöde Dreckstornado... Zwei Sekunden vor Schluss noch abgefeuert werden darf. Der wirkt halt quasi noch nachträglich. Wenn du den vor... Eine Sekunde vor Schluss abschießt, dann kriegst du quasi die Punkte, die der dann... Die 6 Sekunden, die der zum Färben braucht, kriegst du dann quasi einfach nochmal gut angerechnet da. Und das dreht so oft... Die... So knappe Matches wie jetzt drehen die so häufig. In diesem Fall haben wir es wieder gesehen. 5% hat der Gegner gewonnen. Und das waren mehr als 5% die, die der gefärbt hat. Das war irgendwie nicht so toll. Naja. Egal. Schauen wir mal. Theoretisch haben wir ja auch die Möglichkeit, solche Tornados kurz vor Schluss loszulassen. Aber ich find's halt einfach... Es muss schon in der Zeit drin sein, find ich. Wenn Schluss ist, ist Schluss. Alle anderen Fähigkeiten wirken danach ja auch nicht mehr. Deswegen bin ich halt der Meinung, dass... Halt dieser komische Raketenschlag da... Halt auch, wenn er nicht angekommen ist, bevor die Zeit abgelaufen ist, dann hat man halt Pech gehabt. Aber ich glaube, da wird man nicht mehr so viel dran ändern. Er kriegt ja aber sehr, sehr, sehr schnell den... Raketending zusammen. Also bis man das erste Mal auf Gegner trifft, hat man ja schon fast zweimal... Oder zumindest anderthalb Mal... Den Raketenschlag voll. Die Map ist halt doch recht groß. Ist mir im Singleplayer-Modus gar nicht so aufgefallen... Dass die wirklich so groß ist, die Map? Ja. Oh, hallo. Und komm ab. Das war der Japaner. War hier nicht eben noch ein Roller? Da ist noch ein Roller. Ja, wie erwartet. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da ist er jetzt. Ah. Okay, wir lieben uns eine erbitterte Partie hier. Das steht da rum. Ja, weg mit dem. Okay, wir kriegen keinen Kill angezeigt. Spinnen die Server gerade wieder? Oh ja, es ruckelt. Aber jetzt haben wir angezeigt bekommen, der Elefant ist tot und... Da hat uns der gute Christian mal getötet. Egal. Mach' den Verdammt einfach weiter. Verdammt! Wo kam der denn her? War das auch mit dem Leck, dass der Stand bei mir nicht angezeigt wurde? Da hat der den Weg genommen, den ich nicht kannte. Und verdammt, jetzt wird's eng. Kommt doch um die Ecke, Leute. Ich hab' keine Zeit, hier drei Stunden rumzustehen. Ah, verdammt. Gegenseitig getötet. Ist ja auch logisch. Okay, dann weiter am Färben hier. Mann. Die machen uns gerade ziemlich fertig, die Gegner. Das find' ich nicht so geil. Dann versuchen wir unser Bestes, das wieder zurückzudrehen. So, er geht da lang, dann kann ich ja hier rum. Okay, Reikredenschlag ist bereit. Wenn ich ihn jetzt losfeuere, dann hab' ich eventuell die Möglichkeit, nochmal kurz Verschlusstil abzufeuern. Dann diesmal kriegst du mich nicht mit deinem Pinsel. Okay, weiter färben, weiter färben. Die Gegner führen immer noch. Das ist nicht schön. Hier ist ja auch alles, hier ist ja gar nichts in unserer Farbe. Hier ist ja alles grün. Ah, weg und da färben und jetzt einfach nur grob rüber färben. Wir müssen jetzt hier nicht jeden kleinsten Winkel. Es ist sowieso mal schwachsinnig, jeden kleinsten Winkel zu färben. Aber vor allem auf dieser Riesen-Map hier ist es noch unsinniger, weil man, ja, ist halt froh, wenn man einmal rumkommt. So groß wie die Map ist. Ah, Japaner, weg. Okay, da geht mir ein bisschen auf die Nerven. Roller, 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 Roller. Yes, Elefant weg. Und jetzt, uh, das könnten wir noch gewinnen. Und das könnte nur eine Rekordpunktzahl für mich werden. Ich hab, was ist das denn? Hab ich nicht gerade eben noch gesagt, dass es, fuck, dass es auf dieser Web mir bislang nicht vorgekommen ist, dass man überdurchschnittlich viele Punkte sammelt? Wir haben gewonnen, aber guckt euch mal meine Punkte an. Mit den 300 Punkten Siebbonus. Ja, mit den 300 Punkten haben wir 2.131 fucking Punkte, Mann. Was ist das denn? 2.100 irgendwas Punkte? Okay, also das ist wirklich mein persönlicher Punkterekord. Ich hab ja, wie gesagt, vorher schon gehört, dass man auf dieser Web überdurchschnittlich viele Punkte sammeln kann, aber die anderen hatten ja jetzt auch nicht unbedingt überdurchschnittlich viele Punkte. Den anderen Menschen auch nicht. Also theoretisch ist es wohl möglich, hier überdurchschnittlich viele Punkte zu sammeln, aber in der Praxis nicht unbedingt, denke ich mal. Ja, komm, letzter rein, jawohl. Dann sind wir wieder vollzählig. Keine Ahnung, die Sony-Pressekonferenz sollte jetzt gleich auch starten. Also denke ich mal, wird es nur noch so ein, zwei Runden geben. Na, obwohl, 15 Minuten haben wir noch, aber ein bisschen früher wird man ja wahrscheinlich da auch im Stream dann ausschalten, denke ich mal, damit man dann alles umstellen kann. Wie gesagt, das war jetzt eine sehr spontane Aufnahme, die wir hier gemacht haben. Eigentlich hatte ich heute Abend nur vor, die E3 zu gucken, aber da habe ich mir gedacht, hey, meine Uploads und Render-Vorgänge, die ich parallel habe laufen lassen, sind jetzt auch alle vorbei, weil ich hatte ja gestern schon den gesamten Abend- und Nachtzeit, um das alles zu rendern und hochzuladen und was weiß ich. Und jetzt muss ich noch ein Part rendern gerade und noch zwei oder so hochladen, deswegen habe ich das alles mal kurz pausiert. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Der hat uns gesehen. Deswegen habe ich das hier gerade alles mal kurz pausiert und begrennt, hey, wenn die jetzt eh Splatoon spielen, dann mache ich einfach mal eine Runde mit, dann kann ich zumindest noch die Zeit hier sinnvoll nutzen, die ich auf die Sony-Pressekonferenz warte. Und, ja, noch ein paar Splatoon aufnehmen. Und dann haben wir ja quasi in unserem Splatoon-Let's Play, auch wenn natürlich keiner von denen mich wirklich kennt und noch keiner von denen mich mitkommentiert, hat aber trotzdem vielleicht schon ein paar Berühmtheiten gehabt. Bei Domtendo streiten sich ja die Geister. Ein paar sagen, das war er, ein paar sagen, das war er nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ist aber auch egal, selbst wenn das nicht wahr. Ich weiß, dass der Volo, der mal dabei war, der richtige ist. Und jetzt haben wir die Gaming-Löckchen und die Musician auch mal dabei gehabt. Also quasi unbewusst haben wir jetzt hier mehr oder weniger ein paar größere YouTuber mit dabei. Aber gut, Splatoon ist natürlich auch für Wii U, ne? Und, oh Gott. Ah, stirb. Was ist los? Ah, okay. Verbindung war super. Wir sind seit zwei unterschiedlichen Orten geplatzt. Alles klar. Dabei war unsere Aufladenleiste oben fast voll. Ah. So, färben wir da drüben mal weiter. Ich denke mal, diesmal werden wir nicht auf die große Punktanzahl kommen. Mist, der steht ja gar nicht mehr hinter. Ich könnte den ja an seiner Kanone wegballern. Na, ganz so mega viele Punkte werden es, glaube ich, nicht. Weil, gut, wir haben jetzt wieder tausend Punkte zusammen. Aber es ist auch nur noch eine Minute. Also die zweitausend werden wir wieder nicht schaffen. Oh Gott. Sehr schön. Du machst das. Färb weiter. Wir können gewinnen. Sieht sogar sehr gut aus für uns. Die Mitte gehört denen. Ja, die färben. Also obwohl da oben Gefahr steht, haben die trotzdem noch einen ganz, ganz großen Teil der Map für sich. Also, so eindeutig ist es gar nicht, wie die Tintenfische da oben eigentlich anzeigen. Aber egal. Das wird schon. Das wird schon. Ah. Lass das doch mal, Nico. Okay. Okay. Sehr schön. Da hat der Tinten-Titane niedergeballert. Zehn Sekunden. Vielleicht können wir noch so ein paar Farbkleckse hier umfärben. Ah. Ja. Okay. Ja, das war dann doch etwas eindeutiger. Wir haben gewonnen. Gewonnen haben wir. 61,5. So. Und wieder der Beste in unserem Team. Ich muss mich hier an dieser Stelle natürlich entschuldigen, dass wir keine neue Waffe genommen haben, sondern wieder die Airbrush-R-M-G-R-G-Dingens-Gummins. Aber wie gesagt, das war jetzt alles komplett spontan entstanden. Ich habe nur gehört, aha, die spielen Splatoon, alles klar, will ich mitspielen. Also habe ich mir dann halt einfach schnell Splatoon angeschmissen, habe schnell die erstbeste Waffe genommen, bin reingejoint und habe dann als erste Runde gestartet, dass mir schon gedacht, Moment, theoretisch könntest du ja auch aufnehmen, wenn du jetzt eh spielst. Also habe ich schon noch mein Aufnahmeprogramm gestartet und dann so mitten in der Runde einfach schnell auf Aufnahme gedrückt, während ich noch aufs Tor noch rumstand. Da tat mir mein Team schon ein bisschen leid, dass ich in die ersten paar Sekunden nachfk war, aber dafür habe ich ja dann im Endeffekt auch in der ersten Runde den Sieg dann gerissen, indem ich hinten bei denen alles gefärbt habe. Also ich habe mich ja revanchiert für mein Team. Und deswegen tut mir leid, dass wir hier keine neue Waffe sehen. Auf dem nächsten Part ist es wieder mit einer neuen Waffe am Start, aber das ist jetzt wie gesagt eher so ein kleiner Special-Part, der eigentlich gar nicht geplant war. Aber wenn man halt eh gerade beim Warten auf die E3-Zony-Pressekonferenz spielt, dann kann man es auch aufnehmen. Verdammt, ich hasse... Ah! Also muss man sagen, der Christian ist echt gut mit dem Pinsel. Und der Dude hat keinen Zaubertricks, der kann sich außer Luft wieder zurück teleportieren nach oben. Muss man auch erstmal hinkriegen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel doch ganz vernünftig gebalanced ist. Weil ich habe quasi mit jeder Waffe, oder mit fast jeder Waffe, also mit dieser komischen Waffe, die wir im Rank-Modus da hatten, der noch nicht. Aber mit fast jeder anderen Waffe, also egal ob Pinsel, ob Roller, ob Sniper oder auch halt irgendwie so eine Airbrush-MG und so weiter und so fort, habe ich halt, egal mit welcher Waffe, immer schon Spieler gesehen, die ziemlich, ziemlich gut mit dieser Waffe waren. Aber es gibt halt Waffen, mit denen Spielern, mit denen wesentlich mehr Spieler ziemlich, ziemlich gut sind, weil sie einfach einfacher zu bedienen sind, wie zum Beispiel diese Waffe hier. Also ich finde sie halt aus dem Grund etwas OP, weil sie halt einfach so leicht zu bedienen ist. Man kann einfach so leicht mit der gut sein. Mit dem Pinsel, mit dem Roller muss man halt schon, sag ich mal, ein bisschen taktischer vorgehen, wenn man Gegner sieht. Da kann man nicht einfach draufhalten und schießen, sondern da muss man halt versuchen, so ein bisschen schleichender vorzugehen. Und die Sniper hat natürlich, sag ich mal, wegen dem Aiming und so, braucht die schon den meisten Skill. Aber ist deswegen auch im Färben am unnützesten eigentlich. Oh, verdammt, ja. Und. Ah, schade. Aber wir haben uns lange gar gehalten da hinten. Und wir haben zwei Leute auf uns gezogen. Also wir haben zwei Leute ablenken müssen. Okay, der dritte war aber in der Zeit an unserem Spawn. Unsere Leute haben sich also auch alle gut ablenken lassen. Jetzt müssen wir irgendwie dagegen färben. Das sieht ganz schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Für uns an der Basis hier ist alles gelb. Ich glaube, die Runde, die werden wir verlieren. Ich glaube, mit der Runde hier wird's nichts. Aber naja, sollte auch die letzte Runde sein. Denn in sechs Minuten geht die Sony-Pressekonferenz los. Und da werden wir sicherlich keine Runde mehr spielen. Deshalb war's das dann mit der letzten Runde für diesen Part. Und es kam tatsächlich nochmal eine Kack-Rakete runter, ne? Es kam in letzter Sekunde nochmal eine Kack-Rakete von denen runter. Und es reicht wieder für den Sieg. Es reicht wieder für den Sieg. Die haben über ein Prozent der Map mit der Rakete gefärbt. Und haben somit natürlich zwei Prozent zu uns gut gemacht. Diese Rakete hat es in letzter Sekunde wieder gerissen. Aber wir waren zumindest wieder der Beste auf dem Server. Das kann ich uns zumindest als Positivpunkt zusprechen. Und ja, wie gesagt, das war's dann mit diesem Part. Ich schau mir jetzt die Sony-Pressekonferenz an. Wenn ihr diesen Part, ihr seht, sind die E3-Pressekonferenz nicht schon alle durch. Aber ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part, der ziemlich spontan entstanden ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und auf Wiedersehen.